Wie es weitergeht, gleich. Und das sehen Sie in der nächsten Folge. Du kannst ihn doch nicht zwingen, den Brief zu lesen. Deswegen möchte ich ja, dass es ihm den Brief gibt. Dann liest er ihn bestimmt. Liegt es daran, dass jemand zusammenwart oder spürst du, dass du immer noch etwas für ihn empfiehen willst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe Angst, das rauszufinden.